Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette Leute Treff, eurem Ü50 Freizeittreff im Ländle. Wir starten in den neuen Monat, wir starten in die neue Woche. Unser Terminkalender für September ist knallvoll und diesen Freitag geht schon los mit unserem nächsten Nette Leute Treff Stammtisch. Und wo es diesmal hingeht, das verrate ich euch wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. In genau vier Tagen ist es schon wieder soweit. Unser nächste Nette Leute Treff Stammtisch steht an und auch diesmal habe ich mir was ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Und zwar gehen wir diesmal türkisch-orientalisch essen. Wir gehen ins Antikrestaurant nach Ludwigsburg. Dort gibt es so richtig schön leckere türkische Spezialitäten und da waren wir auch schon zwei, drei Mal in den letzten Jahren. Bisher war es immer ganz, ganz toll. Beim Türken gibt es ja schöne, leckere Fleischgerichte, aber auch für all diejenigen von euch, die kein Fleisch essen mögen. Dort gibt es natürlich auch tolle vegetarische Gerichte. Überbackene Auberginen zum Beispiel, lauter solche tollen Sachen. Und wer kennt sie nicht? Die tollen leckeren Nachtische beim Türken. So, wer von euch noch nicht dabei war, der schreibt mir bitte wie immer eine WhatsApp. Und zwar ist schon morgen am Mittwochabend um 17 Uhr Anmeldeschluss. Danach werde ich den Tisch reservieren für uns und ich hoffe, dass wir natürlich alle, die sich anmelden, auch unterkriegen. Für alle Mitglieder natürlich, ihr meldet euch bitte über die Homepage an und alle anderen, die zum ersten Mal dabei sind oder noch nicht Mitglied bei uns sind, die bitte per WhatsApp anmelden. Start ist wie immer um 19.30 Uhr bei den Stammtischen. Wir treffen uns entweder im oder vor dem Lokal, je nachdem wann ihr kommt. Und ja, ich freue mich schon toll drauf. Und für all die anderen, wie gesagt, am Sonntag haben wir noch unsere Wanderung. Da gibt es aber wahrscheinlich noch ein extra Video. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal, eine schöne Woche für euch. Lasst euch nicht stressen, arbeitet nicht so viel und wir sehen uns am Freitag um 19.30 Uhr zum Stammtisch im Antikrestaurant in Ludwigsburg. Bis dahin, tschüss, euer nette Leute-Treff, tschüss, euer André. Ciao, ciao.